2045 kann man nirgends mehr hin. Nirgends. Außer in die Oasis. Ich bin 2025 geboren. Aber ich will lieber in den 80ern aufgewachsen. Wie alle meine Helden. Ich lebe hier in Columbus, Ohio. 2045, immer noch die am schnellsten wachsende Stadt der Erde. Was einem aber nicht so vorkommt, wenn man in den Stacks wohnt. Man nennt unsere Generation die verlorenen Millionen. Verloren nicht, weil wir verschwunden wären. Man kann nirgends mehr hin. Nirgends. Außer in die Oasis. Alles. Nur hier habe ich das Gefühl, dass ich was wert bin. Eine Welt, in der die Grenze der Realität deine eigene Fantasie ist. teams. Genau. Genau. Ja. Raum wieder. Entfer district. Ja. 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 Das war's. Das war's. Das war's.